Stanley Tucci, weil er so eine Bandbreite hat, die ist atemberaubend. Es fing an mit dem Puck im Sommernachtstraum. Dann ging es über die vielen, vielen anderen Rollen weiter bis zu dem Supernova, das letzte, was er gemacht hat mit Colin Firth, wo mir die Tränen gekommen sind. Das war toll. Die Tribute von Panem oder so, da war genau das Gegenteil. Dieser verrückte Moderator mit dieser Punk-Frisur. Und das ist doch toll, dass jemand so unglaubwürdig...